Das Altwerden ist ja nicht bloß ein Abbauen und Hinwelken. Es hat, wie jede Lebensstufe, seine eigenen Werte, seinen eigenen Zauber, seine eigene Weisheit, seine eigene Trauer. Und in Zeiten einer einigermaßen blühenden Kultur hat man mit Recht, dem Alter eine gewisse Ehrfurcht erwiesen, welche heute von der Jugend in Anspruch genommen wird. Wir wollen, dass der Jugend nicht weiter übel nehmen. Aber wir wollen uns doch nicht aufschwarzen lassen, das Alter sei nichts wert.